Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zum täglichen Cointrend. Wir wollen natürlich heute mal wieder schauen, was am Markt passiert ist nach dem großen Anstieg gestern. Sind wir heute sogar noch höher gegangen. Jetzt gerade in den letzten drei Stunden ging es ein gutes Stück runter, aber noch nichts wo man sich Gedanken machen muss. Wenn wir hier noch gucken, ist ja dann von gestern aus hier noch bis hier oben gegangen und haben dann ja hier nochmal sind erst seitwärts, haben wir uns bewegt und immer wieder den Support so auf 4780, 4750 gefunden und dann gab es noch mal eine schöne Kerze hier hoch, um das bis jetzt hoch von 4938 zu setzen und da haben wir aber erst mal umgedreht. Das waren zumindest bei Bitfinex 20 Dollar unter dem Allzeithoch, dann ja ein bisschen seitwärts und sind dann wieder unter den, ja, alten Widerstand hier gebrochen, der bei 4860 lag und sind dann ein gutes Stück runter gegangen. Jetzt sogar bis ans untere Ende von den Bollinger Bändern. Hier treffen wir dann auf der Linie bei 4720 ungefähr auf zum einen unsere Trendlinie, die wir hier, die wir hier erst durchbrochen hatten, nach oben hin und die wir jetzt hier berührt haben, trifft gleichzeitig auch die Wolke hier mit zusammen, sind dann da direkt wieder hoch. Für den Moment sieht es also so aus, als ob das dann halten wird. Muss natürlich noch nicht sein, da wir uns noch in der Bewegung befinden. Tiefste war bis jetzt hier 4716, jetzt sind wir mal wieder auf 62, waren schon wieder ein Stück höher. Also das muss hier an der Stelle noch beobachtet werden. Allgemein ist es natürlich ein stärkerer Support und wenn man hier weiter runterfallen würde, müsste man sich natürlich auch in Richtung der roten Linie orientieren. Das wäre hier 4655, aber ja, soweit sind wir noch nicht. Das wird erst interessant, wenn wir hier in die Wolke reinbrechen und dann halt auch unter diese Trendlinie. Dann wird erst hier das Ganze spannend. Möglich ist ja immer noch, dass wir hier noch einen kleinen Schwung weiter nach oben nehmen. Das entscheidet sich jetzt auch so ein bisschen mit hier an dem Verhalten an dieser Position. Sollten wir jetzt zu weit runter gehen oder uns nicht allzu schnell erholen, dann würden wir, ja, fehlt uns natürlich so ein bisschen die Kraft, um das Ganze jetzt noch kurzfristig zu erreichen. Aber ein Vorteil hat es natürlich auch, wenn man so kurz sich ein bisschen korrigiert, dass wir hier RSI und CCI deutlich mehr Platz wieder haben, um weiter nach oben zu steigen und dann halt auch die möglicherweise 5000 in Angriff zu nehmen. Das heißt, hier wird es noch ganz spannend, das zu beobachten, wie das Ganze sich dann verhält. Die Bollinger-Bände sind hier ein bisschen aufgegangen. Das wäre natürlich ein Zeichen sein, um Führung nach unten. Aber extrem ist die Bewegung jetzt noch nicht. Wenn wir ins Volumen gucken, ist es auf jeden Fall mehr als jetzt hier den Zwischenräumen ungefähr wieder auf dem Level von dem letzten Push hier hoch auf die 4940. Das heißt, das Volumen ist jetzt erstmal nicht so niedrig, dass man es ausschließen kann. Aber es ist zum Beispiel nicht so hoch wie hier, als wir jetzt vor kurzem erst in Richtung der 4900 hier uns bewegt haben. Also, mal schauen, wie sich das Ganze hier weiterentwickelt. Möglich wäre, dass man dann von hier aus wieder nach oben erstmal Richtung Widerstand geht. Das sehen wir dann, wie gesagt, ein bisschen genauer. Wir haben heute auf jeden Fall Gewinner. Und zwar, ich habe heute drei Gewinner ausgewählt. Das eine ist Metal hier. Das sieht jetzt mal sehr stark nach einer Nachricht aus, die da rauskam. Ich meine, wenn man sich die Kerze mal anguckt, die ist ganz okay, würde ich sagen. Es sind einige Prozente in dieser einzelnen Kerze drin. Und selbst von da aus ging es natürlich dann zack erstmal wieder runter, nach so einem richtig krassen Anstieg wieder zurück in die Bänder. Und ja, dann hauptsächlich seitwärts, aber immer noch mit einer Aufwärtstendenz, wo wir jetzt auch hin sind. Ich meine, wenn wir mal gucken, es ist vom RSI her mehr eine Seitwärtsbewegung. Das heißt, es sieht jetzt nicht so super positiv aus, was das Ganze für einen längeren Trend angeht. Aber ja, auf jeden Fall erstmal eine Steigung. Ich würde sogar dann hier davon ausgehen, dass man auf einen Support trifft. Da wir das hier auch mit der Kerze nochmal hatten, jetzt hier einmal dran sind, jetzt hier das zweite Mal das berührt haben. Das könnte uns dann für so ein Double Top festsetzen, wo man dann wieder ein Stück korrigieren müsste. Je nachdem, welche News es da aber gab, ist es dann vielleicht hinfällig, müsste man sich mal dazu informieren. Dann haben wir Civic. Hat sich sehr, sehr gut erholt von dem Dip, den wir eigentlich so gestern hatten. Und ist jetzt hier drüben schon wieder ordentlich nach oben gegangen. Wenn wir das, wir können ja mal kurz gucken. Nehmen wir den Extrempunkt der 35% hier. Das ist natürlich schon ein ordentlicher Anstieg. Hat sich also sehr, sehr gut erholt. Hat auch, wir hätten hier das erste Fibonacci Level 6935 gehabt. Waren da auch dran. Sieht man auch, dass es ein Widerstand war. Aber wir haben schon mal drüber geguckt und sind auch aktuell noch drüber bei 7000 gerade. Da ist natürlich dann möglicherweise das Potenzial, dass wir auf das nächste Level uns sogar hinbewegen. Das hier bei 7879 steht. Hier auch wieder rein von der Bewegung her. Sieht es ja erstmal nicht so schlecht aus. Sind immer wieder hier ein bisschen runtergekommen. Wo man jetzt die Trendlinie ansetzen würde, ist jetzt nicht ganz so klar. Weil das hier ein bisschen wie einfach ein Ausreißer aussieht. Sicherheitshalber würde man das aber hier machen. Und da könnte man, da das Verhalten jetzt immer recht ähnlich war, hier zack runter, seitwärts runter, wieder hoch. Könnte man das natürlich genauso jetzt zeichnen. Hier wieder dran und von da aus vielleicht wieder nach oben. Dann muss man dann natürlich in dem Moment schauen, hält das hier. Das heißt, dass man dann einen Stop unterhalb setzen würde. Dafür, dass der Trend nicht hält. Weil der ist natürlich wichtig, um uns nach oben zu drücken. Ansonsten würde man natürlich hier hochkommen. Wie gesagt, nach unten hin wäre das dann hier eigentlich ein recht guter Einstiegspunkt. Wenn die Linie hält 6700, haben wir hier ungefähr. Würde also so ungefähr Bereich 6700 liegen. Dann haben wir noch Golem und sie leben wirklich noch. Wenn man sich das hier mal so anschaut. Ich meine, sind runter bis auf 3600. Richtig, ja, krass negative Entwicklungen. Allgemein so über die letzten Monate von Golem. Hier dann endlich mal wieder ein Lebenszeichen. Und sich in Richtung der oberen Bollinger Bänder bewegt. Von da aus aber, ja, abgeprallt sozusagen. Und erstmal wieder ein bisschen nach unten. Ach, das ist hier der, sorry, das ist der Durchschnitt. Deswegen sollte man keine zwei Farben haben. Ich habe mich die ganze Zeit gewundert, warum der Durchschnitt immer so eine Bewegung macht. Ja, nein, hat hier das Bollinger Bänder sogar nach oben gedrückt. Das ist natürlich auch ein noch besseres Zeichen. Hier oben sehen wir den 200er Durchschnitt. Und da sind wir aber abgeprallt. Und erstmal wieder ein Stück nach unten. Das Volumen dazu sieht man auch dann, dass das auf jeden Fall ein Stopp-Volumen war. Erstmal für den Anstieg bei so einem großen negativen Volumen zeigt uns das auf jeden Fall, dass die Aufwärtsbewegung für den Moment erstmal beendet sein soll und hier dann neue Kraft geschöpft werden müsste. Wäre ich jetzt nicht zu bullisch an dem Punkt, auch dadurch, dass wir halt im RSI schon sehr hoch sind. Und dann da ein bisschen aufpassen müssen, also auch keinen guten Einstiegspunkt einfach an dieser Grenze haben, weil das Potenzial nach unten hin mehr ist, als wir jetzt noch Potenzial nach oben haben. Ich bin jetzt noch ein bisschen gespannt, wie das so die nächsten Tage sich verhält. Heute Mittwoch, insbesondere Freitag, ob wir da wieder stärker nach unten gehen, wie das Ganze sich da verhält. Die nächsten Tage sind ein bisschen interessant für mich, um zu sehen, wie jetzt so ein bisschen die Altcoin-Langzeitentwicklung ist, weil wichtige Supports bei Ethereum zum Beispiel haben ja nicht gehalten. Wir können dann mal noch schnell reinschauen, nur um den Support uns anzugucken. Wir hatten das ja auch die letzten Tage, sind wir weit von entfernt und das ist für mich auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiger Support langfristig. Da muss erst, also wenn es hier wieder drüber kommt, okay, dann sieht auch die Entwicklung ganz gut aus. Ansonsten muss man schauen, wo die letzten Monate die Entwicklung hingeht, weil natürlich, wenn Bitcoin so viel steigt, muss natürlich irgendwoher das Kapital kommen, das in Bitcoin fließt und es wird nicht einfach nur so sein, dass es Kapital ist, was neu in den Markt kommt, sondern es wird dann halt auch Kapital sein, das von den Altcoins rübergepackt wird in Bitcoin. Und das würde natürlich für die Altcoins bedeuten, dass wir hier noch weiter runter gehen. Wenn Langzeitziel war oder ist ja, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir hier ein bisschen raus scrollen können. Schon besser, das ist ja diese Linie hier, ich habe sie bei 0,046. Das wäre ein sehr, sehr wichtiger Support und würde dann auch jetzt mal so mittelfristig, wenn wir jetzt hier nicht schnell wieder drüber kommen, auf jeden Fall soll ein mittelfristiges Ziel sein, dass man irgendwann halt hier hinkommt und dann möglicherweise schon den Jahreswechsel erreicht hat. Spätestens im März, April ist immer Altcoinsaison und da werden die dann wieder durch die Decke gehen. Wie gesagt, für mich ist es jetzt erstmal interessant zu sehen, in den nächsten Tagen kommen wir hier wieder drüber, dann können wir auch mittelfristig das schon schneller erreichen. Ansonsten würde ich auf den März verweisen. Gut, das soll es gewesen sein für den täglichen Cointrend. Wir sehen uns morgen nicht, da habe ich nicht genug Zeit, das zu machen, aber dann übermorgen wieder. Ich wünsche euch viel Erfolg, viel Spaß, bis dahin, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.